In fact, I want to pick up my blocks. So und nun herzlich willkommen zurück zur Folge 9 von Max an artistic journey. Wir müssen zuerst noch die Blöcke in die Spielebox tun und dann können wir uns die Zähne buchsen. Great job! You now have the special skill, the wall. Good, now let's brush those teeth. Dann haben wir auch wieder weitere Notiz Nummer 19. I need to brush all my teeth. Then again in the toolbox, for Max, like with showering, brushing his teeth requires a well established routine. Top, bottom, side, side, front, back. Fortunately, Max loves the taste of toothpaste. It is important for a person with an ASD to use a toothpaste that has a blazing taste. Once we found one that Max likes, we always buy the same. When we must change his toothbrush, it is important to set the stage first. If Max is faced with the surprise of a new toothbrush, one must expect a reaction that can go from anxious to happy or angry. ... ... ... Das war's. Also der Plan ist, dass ich nun Flashlight All-In setzen kann, dann hoffentlich sich diese Armada etwas einschränkt. Warte, jetzt sind alle Zähne geblendet, dann tue ich mich wesentlich weiter mit dem Abwehren. Also der Plan ist, dass ich die Abwehren und die Abwehren und die Abwehren und die Abwehren Ah, I love the taste of tuna fish. I brushed all my teeth, done, great job. Alright, sleepy time, in fact, I'm pretty tired now. In fact, do you want to see progress? Yes. Und nun ab ins Bett. In fact, I need to turn off the light. In fact, that's true. So, Licht ausgeschaltet. Und nun ab ins Bett. Papa, I'm in bed. You brushed your teeth? Yes, Papa. Perfect. Good night, my sweet little guy. Sweet dreams. I love you very, very much. Yes, Papa. Good night, Papa. Oh, and Papa. Yes, Max. In fact, what are we having for dinner tomorrow? In fact, Papa, what are we having for dinner tomorrow? I have no idea, Max. Alright, good night. Good night. Good night. Good night. I feel like I have no idea because we didn't have a head to the gym. But it's still there. Good night. How are you having a head to the gym. We just have again nothing to do in the gym. Good night. I haven't had a head to the gym in this whole house. Having a head to the gym. ah no 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 i hate thunderstorms ah picture number 20 i've got all my powers to help me with any kind of good toolbox the imaginary world of the artistic whether we are neurotypical or not all through our lives we all develop coping mechanisms ways to react and protect ourselves in our environment for max his asd often brings a very upsetting vision of the world that surrounds him his reaction wonderment max like many people with an asd has built a fantastic a fantasy world filled with magic beauty wonders and powers to help himself feel well and safe for his loved ones it is essential to accept the existence of this imaginary world and to even enter it from time to time tempting to demolish it to result in also demolishing his self-esteem his security and his well-being max oh la la in fact that's a big fun storm it's okay max try to breathe deeply okay all right to calm myself i take deep breaths done great job max max did you try to turn on the lights in fact i will try to turn on the lights great idea max is it we have to try to turn on and try too much jinx you try to turn on the lights in fact there is no often the lights out there is no such thing um Oh, grab your flashlight. In fact, that's true. Great idea. Great job, you now have the special skill, flashlight. You are very brave Max, keep it up. Go ahead, take all your powers and face that terrible thunderstorm. That's true. I will grab all my powers and go see Jimmy. Perfect, you now have the special skill, magic earmuffs. Super, you now have the special skill, psaltery. Excellent, you now have the special skill, weave. Yes, you now have the special skill, magic markers. Perfect, you now have the skill, magic wall. I think you have the special skill, king of monsters. Yes, you now have the special skill, king of monsters. All right, I have all my powers back. I am going to see Jimmy. Oof, that's a lot of things to carry. Maybe you should use your school back. In fact, I think I will use my school back to carry my powers. Great idea. All of your powers are now in your school back. All right, in fact, now I am ready to go to see Jimmy. Great idea. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Hey Jimmy, in fact there is a big thunderstorm outside. I know, Max. Good thing you got your flashlight. In fact, my inner voice told me to get it. Okay, but why do you have your school back? In fact, it's to carry all my powers. Okay, whatever. Go ahead, I will follow you. We should go talk to Dad and Geach upstairs. In fact, I will light the way. Yes, Max. That's the point. Jimmy joined the team. Ah, damn. I don't remember where I left my classes. I was playing in the basement before. Can we please go look for my classes? Great idea. No, not yet. Late. This room is way too scary for now. Bis zum nächsten Mal. Wir sind ja jetzt. In fact here are your glasses, Jimmy. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir sind ja bereits im Keller. Ich kann jetzt nicht den Stock verlassen. Thanks, Max. Jimmy got his glasses back. Okay, diesen Raum kann ich noch nicht betreten, dann gehen wir jetzt zu meinen Eltern. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier sind, nein, sind sie nicht. Die sind noch nicht in der Küche oder so? Do you know if there are any batteries anywhere? Friggin batteries, when you need them, they all disappear. We have three flashlights and not one is working. Max, what the heck are you doing with your school bag? In fact, it's to carry my powers. Wow, Max, that's a wonderful idea. Yes, Max, wonderful. Okay, Max, give me your flashlight, please, so I can go look for my batteries. Max, can you please have your flashlight? Max, kuchen wieder? Seriously, I'm not in any friggin mood to play games. Max! Steff, sorry Max, I didn't mean to yell. Max, could you and your brother go find us plenty of other deep batteries so we can use the other flashlights, please? They must be plenty around the house and the drawers and such. There might be some in the TV stand in the living room and your rooms too and some toys. How many do we need? Well, it's two batteries per flashlight and we have three, so six batteries, exactly. In fact, seven times three is equal to six. Yes, Max. You can make it a game if you would like. Go ask Charles and Ellie if they want to join you. Could build a trench on another planet. Come, Max. Okay, okay. Thank you, my dear. You're welcome, baby. Hey, you guys wanna come with us? We're gonna search the house for batteries for the flashlights. Okay, let's go. Max, why do you have your school bag? In fact, it's to carry my powers. Okay, can we move or something? Charles and Elizabeth join the team. Okay, let's hope no one wanes on our parade. LOL. Yuck, yuck, Jimmy. Okay, in fact, we have to watch out for the mutant lightning zippers. We will try the zippers with the electric shocks. In fact, we can destroy them with our powers. In fact, that's the reason I have Ms. Cool Bag. Okay, cool. So, jetzt auf. Okay, das war schon so ein Zepper. Ah, cool. So, jetzt auf. Okay, das war schon so ein Zepper. Okay, cool. I can test, we find the battery. Okay, cool. I can test, we find the battery. Sehr gut, auch besiegt. Fantastic, we found a battery. Schon wieder ein Kampf, die Kämpfe sind mir etwas zu häufig. Das muss ich wirklich deutlich sagen. Ich glaube, dass das jetzt reicht. Nein, das würde ich wieder nicht verraten. Der Spezialfäger von Elisabeth ist sicher. Der Spezialfäger von Elisabeth. Der Spezialfäger von Elisabeth. Der Spezialfäger von Elisabeth. Der Spezialfäger von Elisabeth. I'm serious Charles. Ich werde wieder heilen und so, wenn jetzt nichts schief geht, ist das jetzt das Ende. Speziale, Double-Hit, Speziale, Triple-Hit, Speziale, okay, that's it. Fantastisch, wir haben eine Batterie. So, so, ach, der ist geschlagen. Okay, now, don't touch anything, blah, 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 okay, now, don't touch anything, blah, 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 because I'm such a precious little princess, understand? LOL, hey, sigh from O1. Level up from Max, from Charles, open this up. Level up from 6. So, auch das wäre gewonnen, es fehlt aber noch immer eine Batterie. Die Frage, wo, wo diese noch fehlt, also wo diese noch stecken könnte. Ich glaube, in diesem Stockwerk wirklich nicht mehr. In meinem Sinne waren wir. Im Bereich vom Jimmy waren wir, meiner Meinung nach. In diesem Bad waren wir, weil hier ist keine Batterie, macht auch keinen Sinn, keinen Sinn im Bad. Hier waren wir nicht, glaube ich. Hier ist doch wirklich eine Batterie. Oh, Zwangstage. Nightmare. Ho, 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 ho. Wir haben die Möglichkeit, dass wir ein Sieg. Der Kampf scheint eigentlich nicht so schwierig zu sein, weil ich finde... Ich habe nämlich vier Leute, die zuschlagen können. Gegen. Eine Einzelne. Gegen. Flashlight, glaube ich schon. Ich glaube, das ist ein Sieg. Ich glaube, das ist ein Sieg. Ich glaube, das ist ein Sieg. Und wir werden jetzt wieder mal God Save the Cleaner machen. Beste Funktion. Heilt alle. Und beeilen alles auf. Sack, ich habe jetzt gar nicht. Und denken wir wieder. Du wirst die Elsgepfund-Fatterin gehen mit Monstergeist. Headshot, 1000 shots, und, okay, let's see, I want to assault, let's see, let's see. Okay, let's see. What the, what's happening, that we win, look, we müssen anscheinend nochmal ran. Wir haben jetzt dieser Figur anscheinend den Kopf abgehackt, Sachen gibt's, vielleicht ein Item trotzdem verwenden, das seine Dings, das seine Technik vorhin zurückbringt. Okay! Ah! Okay. Ja, das ist ja fast drauf gekommen. In diesem Fall ist es wichtig, dass man nur die Mitte attackiert, glaube ich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Attackieren wir mal. Den Counter. Der Counter ist nicht Counter. Der Stimmt. Und Charles werden uns heilen. Und sie wird die Mitte attackieren. Ich glaube nämlich, dass sich die Köpfe ständig selbst heilen. Wenn man da gar nicht rauskommt aus diesem. Wird nicht. Überlebt. Überlebt. Überlebt Charles. Ah, so gut. Der Schlag auf die Mitte. 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 Das würde ich nicht gerne. jetzt gleich alles was ich habe. King of Monsters von Max Headshot He has 1000 shots Okay, that's it So, he's gonna be hitting you Let's go Let's go I'm going to a second hand I'm gonna be agreeing to take a second hand Ja, das war's. Zumindest die Mitte schon war ein ziemlich stark geschwächt. Das wird schon weh hatten hoffentlich. Alle flashschleifen. Mit der Backeia. Mit der Backeia. Nächste wieder kommt Elisabeth. Mit der Backe. 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 Ist doch... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 saudte, 내일 Ich glaube, das ist ein Schwerpunkt, das ist ein Schwerpunkt. Ja, das war's jetzt, ja, das war's jetzt. Das war praktisch der Sieg jetzt. Das bringt dich aber nichts mehr. Eine Liste, Johar. Das ist doch, oh nein. Ich hab gute Werte, ich glaube, die noch Exes... äh, eine Aschecksspunkte zu haben. Natürlich ist es leistig, weil er sich immer noch einmal durch Oh Mann, was für ein Kampf Was für ein Kampf Ich habe mir das ein bisschen mehr Taktik Ja, das war ich vorher. Wenn ich den wieder aufheile, dann sollte ich mir nicht das Sinn nicht bestellen. Obwohl wir immer trotzdem einen Trippi-Schock. Hier bleiben wir da gar so etwas zu tun. Da geht es also. Ich freue mich nicht, dass es mehr als es sein sollte wahrscheinlich. Aufleveln und mehrere Level. Oh oh, was wrong? We won. I'm not so sure. Yeah, it's never that simple in other games. Look! Electric Death, your life force is now mine. Prepare yourselves for an eternity of pain. Oh man oh man, noch ein Kampf. Das war es für diese Folge. Weiter geht es dann in Folge 10 mit den Abenteuern von Max and Autistic Journey. Alles Liebe! Und capacitor ver Tomipo! Warum es angeht!